Donald Trump hat beantragt, dass eine Drohne namens Sensemann, der zweithöchste Militär vom Iran, erschießen lassen lassen mit einer Rakete. Es sind acht Iraner, darunter der zweithöchste Militär vom Iran, erschossen worden. Und Donald Trump hat gesehen, er sei verantwortlich für tausende tode Amerikaner und darum hat den Terroristen Aschisch-A-Bam-Bam-Bam-Le-Erschiess-Alau. Gut, ob der Name richtig ausgesprochen ist, da bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat er so einen Kameltreiber-Namen gehabt. Und er ist jetzt erschossen worden von den Amerikanern und jetzt sind die Iraner am protestieren. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.